Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Donnerstag, der 17. Oktober 2019. Mein Name ist Norbert Giesow. Morgen mit den Aussichten zum Wochenende aus astrologischer Sicht. Wie immer am Freitag heute das Tageshoroskop für Donnerstag. Und wir haben jetzt Sonne und Mond in Luftzeichen. Der Mond ist nämlich heute Morgen oder in der Nacht zu heute um 4.31 Uhr ins Zeichen Zwillinge gewechselt. Und damit haben wir eben Sonne und Mond. Die Sonne hier im 24. Grad der Waage haben wir Sonne und Mond in Luftzeichen. Denn übrigens wird die Sonne am kommenden Mittwoch in den Skorpion wechseln. Wir sind also bereits hier schon in der letzten Woche mit der Sonne in der Waage. Ja, wenn Sonne und Mond im gleichen Element stehen oder in Zeichen des gleichen Elements, wirken sie gut zusammen. Was eben oft bedeutet, dass das, was der Mond sozusagen möchte, denn er drückt oftmals als Tagesanzeiger der Energien ein bestimmtes Bedürfnis aus, gut zur Umsetzung in der Waage passt. Der Mond im Zwilling, nachdem er im Stier war, im Zwilling sehr viel freier und beweglicher. Das Zwilling ja das beweglichste aller zwölf Zeichen. Das heißt, der Mond ist hier beweglicher, ist hier flexibler, ist hier kommunikativer, mehr an Kontakt und Information interessiert, aber auch oberflächlicher, nicht so in die Tiefe gehend und sich oftmals in den vielen Möglichkeiten, die sich so zeigen, verlieren. Der Zwilling hat ja sehr viel mit der Unterscheidungsfähigkeit zu tun und die Unterscheidungsfähigkeit brauchen wir, weil wir in einer polaren Welt leben, wo es zu jedem Ding auch seinen Gegenteil gibt. Und die Zwillinge oder zwillingsbetonte Horoskope oder der Mond im Zwilling zeigt uns eben auch, dass die Entscheidung eben für eine Sache oftmals eine Entscheidung gegen eine andere Sache ist. Und das ist dem Zwilling eben bewusst und deswegen tut er sich so schwer darin, weil oftmals eben beide Seiten und auch entgegengesetzte Möglichkeiten beide attraktiv erscheinen und es deswegen schwer ist, sich auf eine Seite zu schlagen und deswegen bleibt man oft indifferent, unentschieden und dann kommt im Grunde wenig dabei heraus. Das heißt, wir sollten im Mond im Zwilling, gerade wenn vielleicht Lebensentscheidungen oder wichtige Entscheidungen anstehen oder Ausrichtungen im Leben, sollten wir immer in der Phase mit dem Mond im Zwilling Informationen sammeln, ohne sie gleich emotional zu bewerten. Auch ein Grund dessen, warum sich der Mond im Zwilling doch so ein bisschen schwer mit den Gefühlen tut, sondern es sollten hier erstmal objektiv Informationen gesammelt werden und aufgrund dieser Informationen sollte dann eine Entscheidung oder eine Ausrichtung erfolgen. Gut geeignet der Mond im Zwilling, wenn wir neue Kontakte anfangen wollen oder etwas lernen wollen, uns mit neuen Wissensbereichen beschäftigen wollen oder kleine Reisen machen wollen und der Mond macht hier dann auch über den Tag harmonische Aspekte zu Chiron und Mars. Merkur und Venus, die Sonnenbegleiter, sind ja im Skorpion vorgelaufen, sodass wir hier jetzt auf der Ebene der persönlichen Planeten eine klare Luft-Wassermischung haben, Mars und Sonne und Mond im Luftzeichen, Venus und Merkur im Wasserzeichen. Hier trifft also eben Verstand auf Gefühl oder Kopf auf Bauch oder intensive Emotionen, die ja oft etwas Drängendes haben, wenn ich etwas gefühlsmäßig unbedingt will. Venus im Skorpion, das kann auf allen möglichen Gebieten der Fall sein. Nein, dann will ich das auch wirklich. Das Gefühl zieht absolut dahin. Ich habe kaum Möglichkeiten, dagegen anzuwirken, während im Luftzeichen eben, wie ich eben schon sagte, die Erwägung immer groß ist. Man kann hin und her überlegen, hin und her denken und ist da nicht so festgelegt. Und hier sieht man eben diesen Unterschied und auch die Schwierigkeit, das miteinander zu verbinden. Denn ich kann entweder, bin ich emotional festgelegt oder ich bin offen. Eins von beiden geht nur. Ja, soweit heute zum Horoskop am Donnerstag. Morgen, wie gesagt, die Aufsichten zum Wochenende. Ich wünsche uns allen einen schönen Donnerstag und sage Tschüss und bis bald.